Hallo, in diesem Video möchte ich mal eine ganz kleine, ganz ganz tolle Möglichkeit euch zeigen, mit der es inzwischen, Stand 9. April 2023, möglich ist, mit halbwegs aktuellen Grafikkarten von Nvidia, sprich der 3000er und der 4000er Serie, niedrig aufgelöste Videos ein bisschen besser darstellen lassen zu können und ein bisschen tiefer in die Materie einzutragen. Also ich zeige euch nicht nur die Funktionen, wo man sie aktiviert und sagt, total toll, müsst ihr machen, Videoende, sondern ich erkläre auch ein bisschen die Hintergründe. Von daher fangen wir mal an. Es ist ein bisschen her, so vielleicht einen Monat in etwa, da hat Nvidia angekündigt, dass sie eine Video-Verbesserungs-KI laufen lassen, also wir kennen ja das DLSS, das Deep Learning Super Sampling, zumindest heißt es bei Nvidia so, wie es bei AMD heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist ja quasi eine Maschinen-KI, die trainiert wurde, damit die Auflösung in Spielen quasi gefakt wird. Man stellt zwar ein 4K, tatsächlich berechnet wird es in 2K als Beispiel, die Auflösung von dem Frame selber und die KI, die da im Hintergrund läuft, die überlegt so, wie könnte das denn in 4K aussehen und erfindet Pixel dazu. Weil ganz klar, wo keine Bildinformation ist, wenn ich das Bild aufblase künstlich, dann muss ich ja irgendwas dazwischen packen, zwischen 2 Pixel, also wenn ich die Auflösung quasi verdoppel, dann habe ich ja quasi jeden zweiten Pixel, also jeden zweiten Pixel ist ja quasi eine Lücke, weil ich habe es ja doppelt so groß gemacht, also die Auflösung doppelt so hoch, dann hätte ich ja quasi, wenn ich es dann großziehe, ein Pixel Originalinformation, ein Pixel nichts, ein Pixel Originalinformation, ein Pixel nichts und dieses Pixel nichts, das sieht ja total scheiße aus, hier nicht in den 80ern, sondern das muss ja gefüllt werden mit irgendwas. Da wird normalerweise dann gesagt, wie könnte es denn dazwischen aussehen, dieses Pixel nichts, wie sehen denn die Originalpixel mit tatsächlichem Inhalt links und rechts daneben aus, dann könnte das so und so aussehen. Damit wurde halt eine KI trainiert und bei Spielen nennt sich das DLSS, Deep Learning Super Sampling und das machen die Tensor Cores von der Grafikkarte. So, und da hat sich entweder überlegt, warum machen wir das nicht eigentlich auch bei Videos? Ich meine, how hard could it be? Wie schwer kann es schon sein? Das muss doch möglich sein. Und das haben sie dann auch rausgebracht mit ihrem Treiber von vor ungefähr einem Monat, das war so März 2023. Und da hat auch der gute Linus hier, ein sehr guter Kanal, kann ich nur empfehlen, jedem empfehlen, der des Englischen mächtig ist, hat auch ein gutes Video dazu gemacht. Und da sehen wir hier unten, ja, RTX VsR. Er hat quasi sehr gut auch dargestellt, wie die Unterschiede sind. Also er hat Videos mit VsR und ohne VsR abspielen lassen, mit nativer 4K-Auflösung und mit hochgeränderter 4K-Auflösung und hat dann direkt verglichen und hat festgestellt, ja, es lohnt sich. Aber nur in ein, zwei bestimmten Kombinationen. So, und jetzt fangen wir erstmal an zu sagen, also, wenn ihr eine GeForce-Grafikkarte der 30er oder der 40er Serie habt, oder halt noch neuer, und momentan geht es auch nicht mit der 20er Serie, obwohl die auch Tensor Coors hat, aber egal, dann könnt ihr das machen. Wäre ich Glück, na, GPU-Shark habe ich sowieso immer laufen. Ich habe eine 3080 Ti, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. So, ihr geht in die Nvidia-Einstellung, einfach nur links klickt drauf, dann seid ihr schon richtig. Und dann bei dem Punkt Video-Verbesserung einstellen, habt ihr die Möglichkeit, super Auflösung zu setzen. Also, diese beiden Haken müssen rein. Und dann habt ihr die Qualitätseinstellungsmöglichkeit. Eins ist, ihr seht eigentlich keinen Unterschied, ob es nur anders oder nicht. Zwei ist, ihr müsst extrem genau hingucken, um einen Unterschied erkennen zu können. Drei ist, ja, man sieht einen Unterschied, aber so der Knaller ist es nicht. Und vier ist, oh ja, da tut sich einiges. Deswegen ist die Stufe vier zu empfehlen. So, das müsst ihr eigentlich bloß hier anhaken, das Ding auf vier stellen, dann könnt ihr das auch schon wieder zumachen. Das war's. Schwieriger ist es nicht. Also, wie gesagt, 30er oder 40er Serie. Habt ihr eine andere Grafikkarte oder eine AMD-Grafikkarte, da geht es momentan, momentan noch nicht. Wir sind jetzt hier immer noch 9. April 2023. Wenn ihr das Video deutlich später seht, kann es durchaus sein, dass sie das AMD nachgezogen hat. Können sie auch machen. Klar, logisch. Aber die Frage ist, wann. So, genau. Jetzt gibt es allerdings einen kleinen Haken da dran. Der Haken ist, es funktioniert nur in Webbrowsern, die Chromium-basiert sind. Sprich, momentan geht es nur in Google Chrome und Microsoft Edge. So, und da Edge mich regelmäßig an die Kante des Wahnsinns treibt mit der Bedienung und seinem ganzen Werbemist, benutze ich liebend gern Chrome. Aber, jetzt kommt es, wo es dann technisch wird. Also, falls euch das ganze Technik-Gedudel nicht interessiert, dann könnt ihr mal eine Weile vorspulen, bis ihr seht, dass ich hier in dem Player wieder was rumfummel. Dann könnt ihr da weiter gucken. Ansonsten kommt jetzt Technik-Gelaber. Ich nehme liebend gerne Videos im Matroschka-Format auf, also MKV, weil hat weniger Overheat und bietet eine wunderbare Möglichkeit, Videodateien recht klein zu halten. So, das mache ich mit dem, hier, Diffix Converter. Geht wunderbar, kann man alles einstellen. MKV, hier, ich habe mal ein altes Video, das heißt ein altes, ein etwas älteres Video von unserem Business-Kanal, JTE Business, kann ich nur empfehlen, mal genommen, weil das Ding hat, wenn ich hier auf Eigenschaften klicke, Details, eine Auflösung von 1280x720. Meine Desktop-Auflösung hier ist 2K, also 1440p. Ich kann es auch noch mal zeigen. Da. Ja, 2560x1440. Das heißt, wenn ich das Video in Vollbild darstellen lasse, wird es hochgerechnet. Logischerweise, ja, wir haben also wieder den Effekt, es wird aufgeblasen, das heißt, ich habe ein Pixel mit Original-Datei-Inhalt, ich habe daneben ein Pixel, der ist leer, da muss was reingefüllt werden. Dann habe ich wieder ein Pixel mit Original-Inhalt und wieder ein Pixel, da muss was reingefüllt werden. Und das muss reingefüllt werden, macht dann eben die KI. Also die KI läuft nicht lokal auf eurem Rechner, sondern die ist quasi die Information von der KI, die gesammelt wurden in den Testzentren, Laboratorien von Nvidia, die sind quasi diese Information in dem Treiber mit enthalten. Deswegen ist unter anderem der Treiber inzwischen weit über 700 MB groß. Ein Grafikkartentreiber, ich kann mich noch an Treiber erinnern, die kamen auf einer Diskette mit, klang, lang ist sehr. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eben geringere Auflösung. Und hier kann man leider nicht sehr viel draus erkennen, deswegen gibt es ein kleines tolles Programm, das nennt sich Media-Info. Coole Sache. Da kann man nämlich ein bisschen mehr draus rauslesen. So, und da stellen wir mal am besten auf... Was hatte ich hier? Text, glaube ich. Genau. So, und da sehen wir hier ein bisschen mehr. Und zwar sehen wir hier... den Video-Codec AVC und, ah ja, da ist mir wieder ein Kopiervorgang abgeschmiert. Egal, kümmere ich mich später drum. Und vor allen Dingen hier, ja, wie der Video-Encoder selber lautet. So, das merken wir uns mal. Da ich ja gesagt habe, es geht nur mit Chromium-basierten Web-Browsern. Also, wenn ich dieses Ding jetzt hier quasi mit VLC anschmeiße, passiert gar nichts. Da wird überhaupt nichts groß gerechnet. Ja, und wenn ich das jetzt hier auf Vollbild mache, dann seht ihr, es ist ein bisschen matschig, ja, und es ist ein bisschen körnig. So. Wenn ich jetzt hier einen neuen Tab mache, und dieses Video hier quasi in die URL-Leiste reinziehe, dann zeigt er mir zwar an, wo die Datei liegt, ich drücke Enter, und er lädt sie mir runter. Na, das ist ja praktisch. Ich wollte es doch nicht runtergeladen haben, ich wollte es doch abgespielt haben. Ja, ha, ha, ha. Das geht so nicht. Nun, warum geht das so nicht? Das liegt daran, dass die Chromium-basierten Web-Browser, zumindest Stand, ich sage es nochmal, 9. April 2023, mit MKV-Dateien nichts anfangen können. Aus Gründen. Ja, also normalerweise, wenn ihr zum Beispiel hier bei YouTube irgendwas guckt und so weiter, und ihr klickt hier auf Herunterladen, dann kommt eine MP4-Datei im Hintergrund raus. MP4 ist ein Container-Format, ja, aber es kommt eine MP4-Datei bei raus und keine MKV. Welch Zufall, ich habe ja hier schon die entsprechenden Wikipedia-Artikel drin. So, MP4 beinhaltet, ja, also MP4 erstmal, das ist ein Video-Encoder-Format, was Apple auf den Markt geschmissen hat, erklärt auch, warum sie einen Scheiß auf das Video-Format, Audio-Format MP4, sprich MPEG-2 Layer 1 gegeben haben, was das Fraunhofer-Institut rausgebracht hat. Die haben einfach gesagt, okay, mir doch wurscht, was andere da finden. Wir nennen unser proprietäres Video-Format einfach mit der Endung MP4. Uns doch wurscht, ob da schon irgendjemand anderes irgendwas, welche Patente drauf hat oder sich irgendeine Endung dazu ausgedacht hat. Wir boxen das einfach durch. Alle anderen können uns mal. Das ist natürlich stark übertrieben, aber so in etwa kommt es mir vor. So, und dieses MP4-Video-Format ist quasi ein Container-Format. Ein Container, was ist denn ein Container? Das ist eine große Kiste, da kann man viel reinschmeißen. Und zwar eine Video-Datei besteht ja immer aus einer Videospur und einer Audiospur. Sonst nennt es ja ein Stummfilm. Das heißt also, wenn ich ein Video abspiele, spiele ich immer zwei Sachen ab. Einmal eine Videospur und einmal eine Audiospur. Und wenn ich da noch einen Untertitel habe, habe ich auch noch eine SRT zum Beispiel als Untertitelspur. Da habe ich ja schon mal drei Dateien. Wenn ich die alle drei gleichzeitig mit irgendwelchen Programmen starten müsste, dann wäre ich ja irre. Das kriege ich ja nie synchron hin. Deswegen gibt es eben Container-Formate, mit denen es mir möglich ist, alles quasi in einen Container zu schmeißen. Diesen Container öffne ich dann mit zum Beispiel VLC-Player oder welcher Kuckuck was. Und dann sucht sich das Programm automatisch raus, okay, das ist eine Audiospur, die spiele ich mal damit ab. Das ist eine Videospur, die spiele ich mal damit ab. Oh, guck mal, ich habe hier noch eine Untertitelspur, die spiele ich mal damit ab. So quasi ganz viel zusammengemanscht in einem Container. So, und das kann eben beinhalten H.265, H.264, das ist so der Standard, MPEG-4 Part 2, MPEG-2, das ist so das Alte, was so DVDs hatten, und MPEG-1, das ist so Aspach-Uralt, VCD und, ja, späte 90er. Könnte eigentlich knicken. So, und bei Audio gibt es eben die Formate MPEG-4 Part 3. Da müsste ich jetzt lügen, wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb, was das sein soll. Dann eben AAC, das ist Advanced Audio Codec, das ist eigentlich ein recht guter Audio Codec. MP3, ja, wer kennt es nicht, MP4 ist der Vorgänger davon und MP1, ja, der ist ja uralt, damit habe ich ja nie gearbeitet. Also ich habe, als ich damals als kleines Kind angefangen habe, mich mit Audiobearbeitung zu beschäftigen, ich bin jetzt inzwischen 40, da war MP2 im Absterben und MP3 kam. Jetzt könnt ihr euch in etwa ausrechnen, wie alt MP1 ist. So, Bilder kann man logischerweise auch mit reinmachen, wie zum Beispiel für Thumbnails und ähnliches, JPEG und PNGs und man kann auch Untertitel machen, die sind hier unter Text drin, eigentlich sind es SRT-Dateien, aber egal. So, und hat auch die Möglichkeit für AC3, das ist, also das ist hier alles Stereo, AC3 ist Surround, sind im Grunde genommen drei Stereo MP3 Spuren zusammengeklatscht, also einmal für vorne links, vorne rechts, einmal für hinten links, hinten rechts und eine Stereo Spur für Center und Zapfwoofer. Drei MP3 Dateien zusammengeklatscht in einer Datei, AC3, das wird aber nicht offiziell unterstützt. Und deswegen gibt es YouTube-Videos, wenn man sie runterlädt, auch nur in Stereo und nicht in Surround. Schön, dass wir diese auch endlich mal klären konnten. Man kann 4K, 60 Frames und hast sie nicht gesehen, aber beim Audio dümpeln wir immer noch bei Stereo rum. Jetzt wisst ihr warum. So, und Matroska, es wird noch verwirrender, keine Sorge, Matroska kann im Grunde genommen bei den Videoformaten auch H.264, das ist so der gängigste, also wenn ihr mit dem Smartphone was aufnehmt, dann wird das in einem H.264 Format gespeichert. Das, was die Fernseher direkt wiedergeben können, von einem USB-Stick zum Beispiel, das ist auch H.264, das ist ein Codec, der ist inzwischen so standardisiert überall, dass der kaum noch irgendwelche Leistungen braucht und, naja, den nutzt halt jeder. So, H.265 wäre das hier, HEVC, äh, H.E.V., doch H.E.V.C., AV1, das ist ein ganz, ganz krasser Codec, den kann halt MKV, Matroska, aber nicht MP4, wichtig, Real Video, naja, das will halt keiner, aber es wäre theoretisch möglich, Farah sagt mir nix und Direct sagt mir auch nichts und wir haben beim Audio wieder Stereo AAC, AC3, guckt mal einer an, DTS, ja, das ist ein sehr, sehr genialer, Sound Codec oder Encoder, aber, naja, auch mal nicht unbedingt, aber cool, dass er mit drin ist, WAV, uncompressed Audio quasi, MP3 logisch, OKFORBUS, relativ gut, insbesondere bei Video, äh, Video, Kommunikation, also bei Videokonferenzen und Ähnlichem und FLAC, FLAC ist quasi ein verlustfreier Audio Codec, äh, wenn WAV zu groß ist, MP3 qualitätsmäßig zu scheiße und AAC auch nicht so der Knaller ist, dann nimmt man FLAC, so und für Untertitel gibt es FOPSUB beziehungsweise SRT Dateien, wie ich schon sagte, ja, man kann ja also bei MKV ein bisschen mehr machen, so, und da hier ein bisschen mehr geht und unter anderem Stereo, äh, Surround Output und digitaler Audio Output von dem Ton, hat meiner Vermutung nach, ähm, der Webbrowser, der Comium basierte Webbrowser, ein Problem damit, die entsprechenden Decoder dafür bereitzuhalten, beziehungsweise das so auseinander zu puzzeln, dass das funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, Matroska, MKV geht, hier MKV, ne, geht nicht, es geht eben nur MP4 und das, und MP4 geht halt nur mit diesen Video- und Audioformaten. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem schönen Video hier. Media Info, Ansicht, und wir stellen fest, MP4, jawohl, das haut hin, und bei Audio, ach guck mal, AAC, na, das haut ja auch hin. So, das heißt also, theoretisch gesehen, ist es, in Anführungsstrichen, MP4-kompatibel. Na dann, dann machen wir doch einfach mal folgenden Trick. Ändern das um. Schmeißen das jetzt rein. Et voilà, es funktioniert. So, ich mach mal hier mal den Ton aus. So, wenn wir jetzt, äh, muss ich hier mal kurz das Ding hier wieder reinholen. So, das ist jetzt quasi nicht Vollbild, deswegen machen die Tensor-Cores momentan nichts. Ihr seht hier schon, ist ein bisschen flickerig und so weiter, ne? Also, ihr seht hier, die Core-Auslastung, die geht, die ist nicht sehr hoch. Sobald ich das Ding in Vollbild mache, legen die Dinger los. Und ihr seht, es wird deutlich schärfer. Weil jetzt wird nämlich scharf gerechnet. Also hier, ihr seht ab und zu wird so ein bisschen körnig hier in meinem Gesicht. Und mal wieder unscharf, ein bisschen körnig, mal wieder unscharf, ein bisschen körnig. Es wirkt so, als würde jetzt irgendein Filter drüber gelegt werden, der dafür sorgen würde, als ob hier irgendwas berechnet wird. Und genau das ist der Fall. Tatsächlich, genau das ist der Fall. Die Tensor-Cores werden jetzt versuchen, alles, was so ein bisschen unscharf ist, scharf zu rechnen. Deswegen, also bei statischen Sachen, wie zum Beispiel hier, bei diesem Knubbel, müsst ihr euch mal ein bisschen groß ziehen, wenn das irgendwie möglich ist, seht ihr, dass das ab und zu hier so eine Fragmente dazukommen. Und der Schatten sich auch teilweise verändert. Das ist immer dann, wenn versucht wird, irgendwas scharf zu rechnen und reinzurechnen, wo es gar nicht an Informationen existiert, aber durch die KI gefüttert wurde, dass es eben geht. So, und das ist das Schöne da dran. Also, wenn ihr eine Grafikkarte der 30er oder der 40er Reihe habt, noch einmal, Stand 9. April 2023, dann könnt ihr diese Funktion quasi nutzen. da. Diese Funktion quasi nutzen, ihr seht, die geht jetzt im Schnitt ein bisschen weiter runter. Warum die jetzt an sich so hoch ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber normalerweise ist sie das nicht. Wahrscheinlich, weil ich hier parallel mit OBS aufnehme. Das wird es wahrscheinlich sein. Und im Nicht-Vollbildmodus macht die Grafikkarte da auch nichts. Das passiert erst im Vollbildmodus. Da legt sie richtig los. Ist natürlich, wenn die Grafikkarte was berechnen muss, mit Stromverbrauch verbunden. Und insbesondere, wenn ihr zum Beispiel einen Gaming-Laptop habt oder so weiter, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass plötzlich der Lüfter anfängt los zu jaulen, obwohl, ihr guckt doch bloß ein Video. Alles, was Video-Angebot im Internet ist, also zum Beispiel wie sehe ich hier irgendein Streaming-Dienst. Da ist es sowieso gar kein Problem. Da braucht ihr es ja bloß aufrufen im Browser und seid eh mit drin. Aber wenn ihr eben lokal abgespeicherte Dateien zum Beispiel habt, ja zum Beispiel, weiß ich nicht, früher aus eurer Schulzeit hat irgendeiner was mit Hi8-Kamera aufgenommen, schön verwackelt. Wir kennen das. 4 zu 3, hässliche Effekte und so weiter. Wurde digitalisiert oder halt eine DVD, ja, wurde digitalisiert und die Auflösung ist halt scheiße und infiziert im Vollbild auf einem großen Fernseher auch nicht sehr viel besser aus. dann habt ihr eben so die Möglichkeit, wenn es abgespeichert wurde, im zum Beispiel H264-Format oder MPEG-2, je nachdem, wie ihr es damals digitalisiert habt, habt ihr eben die Möglichkeit, durch Umbenennung in MP4 das Ganze im Browser auch abzuspielen. Ihr müsst noch einmal die Datei da oben in die Adresszeile reinziehen und dann Enter drücken. Es ist keine MP4 oder es ist halt ein Audio- oder ein Video-Format, mit dem der Webbrowser nichts anfangen kann und ihr schmeißt das da oben rein und drückt Enter, dann geht das einfach nur runter, das haben wir ja vorhin gesehen, und kann er was damit anfangen, sprich er kann es vernünftig dekodieren, weil, ach, das Format, das können ich doch, ja, dann fängt er an, es abzuspielen. Müsst ihr halt ein bisschen rumexperimentieren und falls ihr euch nicht sicher seid, welches Format und sowas das hat, ja, noch einmal, Media-Info, ja, Media-Area.net, Media-Info ist ein kostenloses Tool, Rechtsklick, also einmal installieren, dann habt ihr mit dem Rechtsklick habt ihr dieses Menü, dann könnt ihr bei Ansicht, könnt ihr auch Baumstruktur nehmen, da habt ihr auch Informationen, da könnt ihr euch dann das genau angucken, hier sieht man es bei der Baumstruktur, allerdings nicht so gut, finde ich, wie der genaue Codec und alles ist, deswegen finde ich hier Text ein bisschen sinnvoller, ja, dann könnt ihr gucken, ach Mensch, guck mal, passt ja, wo war es hier, ja, guck mal hier, MPEG-4, passt ja, oder, ach scheiße, ist Real Media oder irgendwie so ein Dreck, geht nicht, müsst ihr halt dann theoretisch nochmal umwandeln. Und das war es auch schon, viel Gelaber, für eine kleine geniale Sache, ja, noch einmal, einfach einen Linksklick auf die Nvidia-Einstellung oder ansonsten einen Rechtsklick drauf, ne, da hätte man eine Experience, Experience ist nicht, also einen Linksklick drauf, ja, dann der unterste Punkt, Video-Einstellung verbessern, die beiden Haken rein und Qualität auf 4. Alles andere ist ein bisschen sinnfrei. Und dann könnt ihr, wie gesagt, mit dieser Umweg-Krücke des Webbrowsers und des eventuellen Umbenennens von Dateien im Vollbildmodus, ja, nicht im Fenstermodus, da bringt es nichts, aber im Vollbildmodus, dann wunderbar, alte Aufnahmen in etwas verbesserter Qualität sehen für, ja, Lau. Nur ein bisschen mehr Stromverbrauch halt. Falls ihr Fragen habt, rein in die Kommentare, dafür sind sie da. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und Kanal abonnieren sowieso nicht verkehrt, weil hier kommen regelmäßig Let's Plays, aber ab und zu eben auch mal so ein Tech-Video. Und ich finde die hier sehr interessant. Also die Funktion jetzt hier, ne? Und noch einmal, falls ihr das Englische mächtig seid, ein bisschen direktere Vergleiche haben wollt, ja, nehmt hier deine Tech-Tipps Playing 4K Video ist Dump, ja, da erklärt das nochmal und zeigt die direkten Vergleiche, da sieht man es auch ein bisschen besser, was ich hier die ganze Zeit meinte mit Fragmenten und ein bisschen scharf und unscharf und so weiter. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.